Hallöchen meine Lieben! Heute, äh, heute was? Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall mit der Michelle gerade auf dem Weg, müssen wir uns ein Baba Tschüss sagen, weil, oh sorry, weil wir fahren jetzt kurz zum DM. Hallo, Baba, wir fahren. Baba. Baba, wie ist das? Was ist passiert? Wer hat das abgeknabbert? Du. Du? Die Emi, die Soschi? Mama, ich will doch ein Herz meinen. Ein Herz meinen, okay, ich kaufe ja ein Malbuch, ja? Aber so, aber so einen großen. Okay, wir gehen jetzt, Baba. Okay. Aber kann ich, aber ich glaube, es ist in meinem Herz was drin. Hallo, Baba. Wo geht's hier hin jetzt? Du! Tschüss! So, jetzt sitzt man im Auto. Was ich euch eigentlich sagen wollte, ist, dass die Michelle und ich jetzt kurz zum DM fahren, weil die Michelle möchte nämlich für ihren Kanal wieder einen DM-Hall drehen und deswegen darf sie sich was aussuchen. Es ist heiß, gell? Nur ein Fenster aufmachen. Ja, um richtig durchzulüften, muss man auch das hintere Fenster hier öffnen. Ja, genau. Wir fahren jetzt auf jeden Fall los und wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr natürlich auf Diamantakits vorbeischauen. Jeden Sonntag kommt ein neues Video online, oder? Also gut, bis später. Ich bin jetzt noch kurz in den Baumarkt reingegangen, weil der Papa braucht irgendwas und das werden wir jetzt holen. Das ist illegal. So, der Baba hat sich einen kaputten Biest, ja. Was ist das nicht, Baba? Der, so ein Ding will ich dem Baba kaufen. Ja. Der Baba hat mich eigentlich hergeschickt, um ihm eine, so eine Tasse zu kaufen. Aber in weiß. Gibt's aber nicht. Alles bunt. Was? Sleeping? Schwarz ist auch schön. Ja, passt ja nicht zusammen. Okay, schwarz ist auch schön. So, wir waren jetzt beim DM. Michelle hat ihr ein Video gedreht, um sie zeigt, also sie muss noch ein bisschen was zu Hause drehen. Und jetzt stehen wir gerade hier beim Spar, weil ich will was zum Spielen und Basteln kaufen für die Lara und die Luisa, dass sie auch ein bisschen was Interaktives machen und nicht immer nur im Garten herumrennen, sondern dann auch mal was ausmalen, Basteln, Rätsel oder auch irgendwas zum Kneten. Vielleicht so Slime, oder? Ja, wir schauen auf jeden Fall mal. Wow, schau wie wir begrüßt werden. Willst du Pipi gehen? Willst du Pipi gehen? Toll. Komm. Luisa. Oh, schau, was ich dir gekauft habe. Schau. Willst du kaufen? Ja. Wo ist die Lara? Lara. Entschuldigung. Lara, komm. Le, Amy. Ja, halt. Ja, halt um mein Satz. Halt um mein Satz. Halt um mein Satz. Ja, halt. Halt um mein Satz. Schaut mal bitte, wie schön die gemacht haben mit Blumen. Liebe Mama, wir lieben dich. Die Lara liebt dich, der andere liebt dich, die Luisa liebt dich, die Michelle liebt dich und der Papa liebt dich. Wow, danke Lara, Luisa. Danke. So, das habe ich euch mitgebracht. Gehen wir das aufmachen? Cooles Spiel. das ist für dich zum malen mit wasser dann habe ich das für dich noch genommen mal nach zahlen ein malbuch ist das cool und dann das ist das schön ein spiel ja und das ist für luisa nicht die move magst du nicht die move magst du das spielen jetzt wollen sie alle das dr bibel das nein das gehört euch das kannst du nicht es ist er habe sechs jahren der papa präsentiert ganz toll sein was ist denn drinnen die grüne pflanze ja und auf diese länge so ist sie sind müde garotten sieht schön aus warum hast du das so ausgeht da war dein zaun drin und was ist da kartoffeln und da ist bonen knoblauch zwiebel erdbeeren du kannst du auch eine pflanze die kinder versuchen dort das doktor bieber aufzubauen das ist ein sandwichkind wo ist die luisa stadtmann ist das schön ein babyäfchen ich glaube da hat mich jemand vermisst papa ruhe das ist die ruhe brauchst du mich nicht mehr bis jetzt hat sich erst mit papa geknuddelt magst du auch dr bieber spielen oder magst du mit mir malen geh mal das malbuch holen was ich für dich gekauft hab ja ich kaufs ich hole das und buntstifte ok ein stift den ganzen malbüchern die ich gekauft habe da setzt sich keiner dafür außer für dieses doktor bieber aber das ich glaube die luisa ist ein bisschen müde kann das sein das mag auch ist der keule im bauch schmetterling im bauch er ist verliebt ja wo ist das gummiring halt das gehört wahrscheinlich so herangemacht Lara, sie soll dann Abendessen Abendessen ist ja gar nicht Abend ist das Frühstück? Frühstück ist auch schon zu spät die Laraspen nein, Frühstück bist du auch? so Michelle alle kommen mal dran alle, du darfst auch ok wenn man an den Rand ankommt dann vibrierts luchtet seine Nase und vibriert kannst du mal ankommen nein ich will sehr wie das luchtet oh achso ok da hat es patienten darf die Luisa auch mal hallo die Luisa ist klein okay Michelle lass die Luisa dran ohne Tschüss bitte kann ich auch mal spielen? dann eben nicht Lara, jeder kommt mal dran das ist schon weg oder? du hast dich so praxiniert wir haben mal ausgesucht was für uns so Michelle komm gib mal das Video hin ich kann noch nie doch die mit Lara darf auch hey meine Lieben es ist ein bisschen an Zeit vergangen die du jetzt auch hier seit dem letzten Clip den ihr gerade gesehen habt wir haben nämlich kurz danach also beziehungsweise ich und die Michelle das DM-Hall fertig gedreht also sie hat den fertig gedreht und wir haben dann auch noch geschnitten und ich habe noch mein Nagel-Video geschnitten und die Luisa danach war ich so müde und danach ja habe ich irgendwie nicht mehr daran gedacht den Vlog zu beenden und ja ich hoffe dass euch der kleine kurze Vlog von dem Tag trotzdem irgendwie gefallen hat und wir würden uns über einen Daumen nach oben trotzdem sehr freuen und ja heute vlogge ich dann wieder ganz brav und fleißig von Anfang bis Ende mit und ja wir gehen jetzt gleich einkaufen aber das werdet ihr dann am Montag sehen am Montag genau also Tschüss Tschüss Danke für Tschüss Tschüss die